hey ho liebe youtuber und so witcher fans ich habe hier beziehungsweise gerald hat die tolle manticore ausrüstung ausgerüstet plus die zwei schwerter die dazugehören wenn ihr diese rüstung finden wollt schaut auf meinem kanal ich habe alle videos schon online wir gucken uns noch mal die werte etwas an im inventar so dass man die kurschwert macht maximal 409 schaden das silberschwert maximal 576 die werte da könnt ihr einfach mal auf pause drücken um euch das ganz genau anzugucken und dann schauen wir uns doch noch mal die rüstung etwas genauer an sehr nice sehr nice wenn euch das video gefallen hat abonniert meinen kanal lasst ein like da wenn es euch nicht gefallen hat wen juckt's macht's gut viel spaß beim spielen guter witcher